Herzlich Willkommen zum nächsten Video. Gestern gab es ja schon ein Video, so ein 14 Minuten Video. Und jetzt mache ich wieder ein Phonematic Opening Part 3. Morgen ist Schule und Co. Deswegen mache ich jetzt noch ein Video, damit ich nächste Woche nicht mehr so viel machen muss. Und ich habe genug Dackels, damit sehe ich glaube ich könnte ich zwei Parts machen. Und hallo Leute, kommt alle zu meinen Games, die sind die besten im Habbo. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020